Torjäger von Dritte Bundesliga, Dritte Liga. 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 Lukas D. Schner von MSV Duisburg, Sörin Berram von 1. FC Magdeburg, Elias Huth von Zwickau, Stefan Kurtschke von Ingolstadt, Tom Borcheroli, Diesen Verein kann ich nicht so gut aussprechen, Leider. Wittin Dorni, Vinket Farni von MSV Duisburg, Christian Beck von 1. FC Magdeburg, Timmy Thiele von 1. FC Kaiserslautern, Moritz Henrich von Bonn. Ich finde nicht mal was von Namnel, ok? Ben. Andere ist von mir von Leon. Und diese Mannschaft heißt Bell. Bell. Das war's von Transfer, äh, Joach, Torjäger. Das ist 22.40 Uhr. Und das ist fertig. Fertig. Vielen Dank.